Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Dark Embedded Scene. Eigentlich wollte ich zuerst Yu-Gi-Oh! machen, aber wir haben gerade natürlich das Festival, das 150 Millionen globale Downloads gebrochen, DC, äh DC sag ich schon, ähm, Festival. Und ich wollte da jetzt ziehen, ich habe 23 Tickets, also heißt es 4 Multi und 3 Single, die will ich machen. Wir haben da drinnen, ähm, ich sag euch mal welche für mich wichtig sind. Also Super Vegito, äh, AGL, den will ich auf jeden Fall haben. Ich hab bei meinem Super Vegito nicht Super Vegito gezogen. Und, äh, Gotenks ist auch okay. Majin Buu will ich auch Ultimate Gohan haben. Broly hab ich, Omega Shenlong hab ich. Diesen Super Saiyan God, Super Saiyan Goku will ich haben, AGL. Freezer Gold hab ich nämlich auch noch keinen, den würde ich auch gern haben. Und Go-Geta. Fucking hell, ich will Go-Geta auf jeden Fall haben. Janemba hab ich schon, ansonsten Super Saiyan 3 Goku wär auch nicht schlecht. Die anderen hab ich nämlich alles schon. Außer diesen Freezer hier noch. Wobei sein hab ich auch noch nicht. Wir versuchen jetzt mal unser Glück. Und ich hoff, ich hoff, ich zieh, er geht mal was Gutes. Okay, was heißt Gutes? Ich hatte beim letzten Mal richtig Dusse, also eigentlich darf ich mich nicht beschwören. Okay. Super Saiyan. Super Saiyan 2. Super Saiyan 3, 3, 3, uuuh, wie beim letzten Mal hab ich gleich Dusse. Okay. Tau, bye, bye, macht bye, bye. Tau, bye, 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 bye. Das ist der erste Charakter, den ich bei dem Spiel gezogen hatte. Scheiße, okay. So ein Goten. Ach, man kriegt nur fünf Charakter. Okay. Bitter. Bitter. Richtig bitter. Oh, gar nix. Oh, Release. Okay. Super Saiyan. Super Saiyan 2. Kein Super Saiyan 3. Bojack. Taktor Gero. C20. Ach, der falsche Bu. Goku. Ah, ich glaub, das war nix. Oder? Oder? Uh, Super Saiyan 3 Goku. STR. Den hab ich nämlich noch nicht. Wieso steht da eigentlich nicht neu? Den hab ich wirklich noch nicht. Egal. Round 3. Alle gute Dinge sind drei. Oh, das waren ganz schön viele Raumschiffe. Super Saiyan. Super Saiyan 3. Und nix Trill. Mann, wieso nicht? Frost. Und dich hätte ich gern hier. Wollen wir es warm. Also hier in mein Zimmer ist Bollenhitze. Irgendwann sieht's mir ja schon ein bisschen anders. Ich schwitze. Zheji Han. Yanshu. Tau Bai Bai. Bojack. Okay. Das war gar nix. So, letzte Multi. Ich hab nicht einen Banner gezogen, gell? Das war auch der falsche Dreifache. Kuckuck. Oh, ein Raumschiff. Release. Rainbow Release. Rainbow Release. Weißt du was? Ich guck gar nix hin. Vegeta. Den hab ich auch noch nicht, aber trotz. Z17. Diesen Scheiß guck, ob ich schon 10.000 Mal rausgekriegt. Und Kai unter Zeit. So, jetzt kann ich. Ah. Echt jetzt? Ah, wobei ich weiß, was ich kurz mach. Ähm. Ähm. Wo haben wir es? Da haben wir es. Ich tu mal die mal kurz schnell weg. Ich schneid das jetzt nicht raus. Ich hab keine Lust dazu. Ah, ich hab bei dem Banner nicht so viel Glück. Mann, ich wollte doch Superbogito. Wieso krieg ich nie Superbogito? Okay. Schockiert er. Mann, ich hasse den. Guckoo. Okay. Noch zwei. Ein Raumschiff. Kein Super-Searchim. Raditz. Super-Searchim. 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 Okay. Das muss ein SSR werden. Oder auch nicht? ja ist ein ssr aber den habe ich schon virus so und als kleines zusatz noch ziehe ich jetzt einmal multi bei black kuckoo drauf geschossen kommen einmal black kuckoo zehn zimmer vielleicht ziehe ich ja mindestens black kuckoo dann scheiß drauf ich mache es jetzt einfach obwohl ich eigentlich jetzt nicht machen wollte aber komm ich mache es um ist das hat dann recht oh wo die es super saison 2 kein super saison 2 fettaboo why freezer joshio wow äh alter der joshio wirklich sieht ja voll behindert aus der sheet ja voll t17 ah ich glaube ich krieg da nix mehr tension hand lesser sarta napa kuckoo mann den hab ich doch auch schon wieso konntest du nicht black kuckoo einfach sein kommt drauf geschossen dann halt nicht habe ich jetzt überhaupt einen vom banner gezogen ich glaube nur denn wie geht das sein nein 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 ich hab nicht einen vom banner gezogen und bei dem ding bei black kuckoo ich glaube auch nicht ja ja black kuckoo geht mir ja im arsch vorbei den habe ich gezogen aber im falschen banner aber ist ja egal ok wieso ist denn das überhaupt ein banner charakter verpiss dich mit diesen super saison kuckoo und drunks habe ich halt auch schon gehabt naja leute war mal nix würde ich sagen ihr könnt mir ja einen daumen hoch lassen um zu gucken ob das euch trotzdem gefallen hat ähm wenn ich sehr viele daumen hoch kriege diesmal also wenn die wenn dieses mal das video sehr positiv bewertet wird werde ich vielleicht trotzdem noch bei google jetzt noch ein noch ein bisschen ziehen ich meine ich habe noch sehr viel story zu machen ich bin ja wie ihr seht ich bin gerade bei 77 ich habe noch sehr viel bei der story zu machen dann fahren mich einfach sehr viele steine noch und dann ziehe ich halt noch einmal bei black kuckoo das war's für ein video ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal leute tschüss das war's